Ja, servus und hallo. Das hier ist ein Reupload aus einem älteren Kanal, den ich gar nicht mehr pflege. Das Video ist vom Achensee Bike Festival, das ja damals vom Tegernsee zum Achensee abgewandert war. Und da aber leider auch schon nicht mehr stattfindet. Hier haben drei Generationen teilgenommen. Meine Frau, mein Vater mit fast 70, meine beiden Söhne und ich. Von mir gibt es zum Glück keine Bilder, aber die Kids-Rennen der Söhne habe ich als stolzer Radlpapa natürlich damals gefilmt. Viel Spaß dabei. Vier, drei, zwei, eins, Start zum Kids Cup. Vier, lieber Abends, Herr Nebel. Super, Pauli. Sehr cool zu sehen, wie viele Kinder hier mit ganz viel Spaß teilnehmen. Das waren immer wirklich tolle Events. Dieses hier ist aus 2018 und jetzt schon über sechs Jahre her. Bis zum Vier, 32. Bis zum Vier, 32. Musik Haltes Ostner Volk 333 ist es Paul Lepke! Und ich glaube, es ist ja der erste Rundenzeichen, weil Schuhe noch 50, 58, 59... Heutzutage noch, das gibt es schon... Während der Spitzregel schon zurückkommt, Jan Lepke! Jan möchte mit seinem Bruder feiern. Die beiden sind... Ich glaube, es ist ein Baustein! Jan, das war eine kombinare Vorstellung von dir, ganz, ganz super! Bravo, Jan! Super! Wir haben jedem dreieiligen Minuten der Aufruf unser Printing zu tun. Ja! Später waren wir dann noch mit den Mountainbikes auf Elba und hatten dort eine wirklich tolle Zeit. Im darauffolgenden Jahr sind wir über Ostern einen Alpencross gefahren, auch durch den Schnee. Schau gerne mal in unseren Kanal, wenn du dich für Alpencross-Abenteuer mit Kids interessierst. Vielleicht gibt es bald nochmal ein Familienabenteuer auf Bikes. Abonniere gerne den Kanal und wir freuen uns auch über ein Like für dieses Video. Auch wenn es ein Re-Upload ist und schon was älter. Merci! Vielen Dank! Bye-bye! Ciao! Servus! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.